Ladies and Gentlemen, eine neue Ausgabe, AWFNR ist fertig, wobei ihr seid nicht Ladies and Gentlemen, ihr seid die Roommates, meine Windigkeit ist Joko Winterscheidt und der Mann ohne Bart ist Paul Rippke, falls ihr ihn nicht erkennt, warum hast du keinen Bart? Weil ich's kann. Ich kann mich... Okay, tussi, du kannst es im Gegensatz zu mir. Wir haben diese Woche telefoniert, wir haben schon auch das besprochen, was die Woche in der Presse los war und was dir vorgeworfen wurde und meine Meinung dazu und ich hab ein paar Sachen gelernt da dabei. Wir haben, ich bin Skifahren, wie man ja sieht, im Schnee, in Utah, in Park City, in Salt, nee, in der Nähe von Salt Lake City, in Deer Valley und ich hab's, ja, hab die Pro und Cons, ich hab quasi einen Preisvergleich gemacht, nee, Preisvergleich nicht, einen inhaltlichen Vergleich zu europäischem Skifahren, von amerikanischem Skifahren. Und du bist ein Snitch. Das muss man an dieser Stelle kurz festhalten. Welche Zahl ist das? Was ist das? Die 36er hast du gesagt. 31er, glaube ich. 31er. Ach, ich weiß es nicht so richtig. Warum ist man ein 31er? Ja, ich hab gesnitcht, ich hab, aber mit einem Ziel. Mit einem Ziel, okay, gut. Dann halten wir das so fest. Wir sind ausgezeichnet mit der goldenen Henne, das ist Real und wir sind der Keire Podcast für Berufsjugendliche. Genau, und der wird präsentiert von O2, Firma O in deinem Leben. So sieht's aus und jetzt geht's los. A, B, F, N, L. A, B, F, N, L. Hallo, Joko Winterscheid. Hallo, Herr Ribke. Was geht, wie geht's, wie steht's? Vielen Dank, gut. Wo bist denn du da? Das sieht ja unglaublich aus bei dir. Ich bin im Schnee. Ich bin in Utah, in Park City. In Utah, bei den Mormonen. Salt Lake City. Hauptstadt der Mormonen und ich habe gelernt, die größte Anzahl an Klavierspielern, Schulen und Klavierverkaufsstätten weltweit. Ich weiß nicht warum, aber der Pianomar. Wie bist du an diese Information gekommen? Frage. Hier in dem Haus, in dem ich hier zu Gast bin, steht ein wunderschönes Piano. Ein Flügel, ein Yamaha-Flügel. Hast du mich jemals Klavier spielen? Ja, ich weiß, dass du absurd gut Klavier spielen kannst. Ja, halt nur, also, aber ich setze mich dann da immer hin und spiele und es macht wieder einen Riesenspaß und deswegen wollte ich jetzt unbedingt, erzähle ich dir gleich, es gibt, ich brauche deine Hilfe und da spielt auch das Klavier. Aber auf jeden Fall habe ich dann rausgefunden, dass die Person, der das Haus gehört, hat diesen Flügel für unfassbar wenig Geld gekauft, weil in Salt Lake City es so unfassbar war, weil bei den Mormonen Klavierspielen zum guten Ton gehört anscheinend. Und deshalb waren die alle, ja, haben die, gibt es da sehr, sehr viele Klavierlehrer, sehr viele Klavierschüler und sehr, sehr viele Klaviere auch, die zum Verkauf stehen. Und deswegen hat sie irgendwie einen 40.000-Dollar-Flügel für 5.000 gekriegt oder so. Wie? Das wäre quasi ein Heaven für Preis-Leistungs-Joko, zumindest was die. Ich habe sofort eine Geschäftsidee. Import-Export von Salt Lake City. Import-Export. Jutta, ja, ich habe viel über Jutta gelernt die letzten Tage. Jutta ist auch, aber, ach, ist jetzt falsch. Nee, was denn? Aber es sieht so gemütlich aus. Ich stelle mir so richtig, hast du noch eine heiße Schokolade da stehen? Ich finde, dann wäre das Bild perfekt. Genau, hinten ist der Kamin offen, natürlich mit Gas betrieben. Natürlich. Also Jutta hat einen sehr, sehr geringen Einkommenssteuersatz. Das heißt, ganz, also ich überlege vielleicht hierher zu ziehen und von hier den Podcast aufzunehmen, dann müsste ich den hier versteuern. Würde ein bisschen, bisschen. Aber das wiederum würde bedeuten, dass du von den Steuersparnissen, die wahrscheinlich dann ein Jet kaufen könntest, mit dem du dann immer nach Jutta reinfliegen kannst. Wie weit ist Jutta entfernt von Kalifornien? Zwei Stunden ungefähr. Mit Flugzeug. Wenn ich jetzt Amerika als Karte vor mir sehe, ich habe keine Ahnung, wo Jutta da liegt. Also links oben sozusagen. Links oben, also an der Grenze zu Kanada ran. Ja, nicht ganz so. Ein bisschen südlicher, aber so ungefähr, genau. Und wir sind hier auf 2000 Meter Höhe, deswegen schlafe ich manchmal nicht so schlecht. Und gestern haben wir gekocht für die Familie hier als kleines Dankeschön. Und alles hat perfekt geklappt, bis auf eine einzige Sache, und das war der Reis. Reis dauert in Höhe, und das wollte ich dir erzählen, damit du was lernst. Ich weiß nicht, ob dir das klar hast, vielleicht sagst du, ja, ist scheißegal. Aber auch unsere Zuhörer, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier im Karriere-Podcast. Reis und Nudeln brauchen mehr als doppelt so lang in der Höhe, in 2000 Meter Höhe. Und das liegt daran, dass der Siedepunkt geringer ist. Also Wasser kocht bei 90 Grad hier, und kochendes Wasser kann ja dann nicht mehr als kochen. Aber 90 Grad macht eben Nudeln nur dann, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent weniger. Es dauert viel, viel länger. Habe ich jetzt nicht verstanden. Reis fertig, als wir beim Nachtisch waren ungefähr. Also wirklich absurd lang. Und ich habe meine Frau natürlich total zur Sau gemacht, weil sie den Reis kochen sollte. Natürlich. Wie das überhaupt annähernd angehen kann, was für eine Unverschämtheit. Ich finde gut, dass du das Wort natürlich hinzufügst. Ich habe meine Frau natürlich zur Sau gemacht. Lag aber an der Höhe und nicht an ihr. Muss ich zugeben. Dass die euch da aber auch nicht drauf hingewiesen haben, ist ja grob fahrlässig. Das ist eine absolute grobe Fahrlässigkeit. Ich bin hier Skifahren. Ich wollte zum ersten Mal, ich muss sagen, dass meine Familie mich sehr dazu treibt, in den Schnee zu gehen. Das finden die sehr gut. Und deswegen bin ich hier Skifahren. Aber du bist wie immer im Studio in München. Was ist auf deiner Nase passiert? Ich habe einen kleinen Cut. Hast du aus dem Maul gekriegt? Nein. Hast du dich geprügelt? Nein, nein. Hast du dich schon mal geprügelt in deinem Leben? Nee, muss ich nicht, Gott sei Dank. Kassiert? Kassiert? Hast du kassiert, Digga? Nee, ich habe nicht kassiert. Ich habe auch noch nicht ausgeteilt. Ich bin immer sehr schnell gerannt. Entweder bin ich sehr schnell gerannt oder ich konnte es irgendwie schlicht mit, komm, lass uns einen trinken. Ist doch scheißegal. Ich bin immer eher so, weißt du, wenn du es in einem Fußballspiel siehst, ich bin immer eher der, der dazwischen geht und Gefahr läuft, wahrscheinlich richtig einzustecken, weil ich der eine Idiot bin, der meint, dazwischen gehen zu müssen. Aber du kennst ja auch noch die Geschichte, wo ich am Straßenrand da die beiden Typen auseinandergetrieben habe, die sich prügeln wollten. Aber Gott sei Dank bis heute, dreimal auf Holz geklopft, noch nicht einmal eine kassiert. Und auch keiner ausgeteilt. Mir ist ein Bügelbrett auf die Nase gefallen, weil wir, jetzt muss ich weit ausholen, ich mache einen Shortcut. Wir sind im Studio gerade für JKP7, also Joko und Klaas gegen ProSieben. Und da gab es ein Spiel, da habe ich etwas überagiert. Und eigentlich sind alle Spiele so sicher mittlerweile, dass nichts passiert, weil ich mich immer sehr schnell verletze. Aber es war klar, dass bei dem einen Spiel, wo nichts passieren kann, mir ein Bügelbrett auf die Nase oben fällt. Und seitdem habe ich da diesen kleinen Cut. Ich finde aber, dass der sehr gut aussieht. War das ein Fake-Bügelbrett oder ein echtes? Nee, ein echtes Bügelbrett. Okay. Das war auch so. Ich habe dann danach auch dreimal gesagt in der Show, mir ist das Bügelbrett auf die Nase gefallen, weil ich von irgendwem Props dafür bekommen wollte. Aber niemand hat mir auch nur im Ansatz Props dafür gegeben, sondern alle waren halt inhaltlich so, ach Gott, ey, es ist doch wirklich nett. Man kann machen, was man will. Irgendwas passiert dir immer. Halt einfach die Schnauze und mach weiter. Zumindest war das mein Gefühl. Ob die das wirklich gedacht haben, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment, als es mir draufgefallen ist, habe ich nur gesagt, ah, mir ist das Bügelbrett auf die Nase gefallen. Und du hast nur Steven Gittin gehört, ja, ja, die Zeit läuft, weitermachen. Und dann dachte ich so, okay, interessiert keinen. Und 30 Sekunden später habe ich wieder gesagt, ah, meine Nase tut so weh. Klaas, da ist mir gerade das Bügelbrett draufgefallen. Ja, ja. Aber dann gab es einen sehr guten Moment, wo Klaas, wirklich ein so aufgescheuchtes Huhn, dieser Typ. Das ist absurd, der erschreckt sich und schreit wie ein Mädchen. Das ist unfassbar. Es war wirklich, es war, ich möchte es nicht zu viel verraten, weil dann guckt man sich die Sendung nicht mehr an. Aber es ist ein sehr guter Moment, wo ich mit allem gerechnet habe und dachte, okay, komm, scheiß drauf für die Show. Du machst das jetzt einfach, weil es auch wichtig und richtig ist, das zu machen. Und ich habe aber eine wahnsinnige Angst vor Nadeln. Jetzt kann man sich schon so ein bisschen herleiten, was da ungefähr passiert sein könnte. Und in dem Moment gab es einen Moment, der dann passierte. Jetzt rede ich absichtlich in solchen Hieroglyphen. Da muss man sich einfach zusammenreiben und vor allen Dingen sehen. Und Klaas hat geschrien wie ein Mädchen. Es war wirklich so, ha! Und du dachtest nur so, was ist denn mit dir los, Alter? Willst du mich überarschen? Doch, jetzt nicht deswegen. Aber es war sehr schön. Auf jeden Fall ist mir im ersten Schritt, warum du mich gefragt hast, dieses Bügelbrett auf die Nase. Aber auch hier habe ich das Gefühl, das interessiert dich nicht wirklich. Doch, total. Ich frage mich nur, warum du immer noch im Studio, also du bist immer noch da in diesem Studio im Keller. Ja, das Ding ist, also hier ist es bei mir Hals halt zu Hause sehr. Also das ist jetzt nicht, weil das riesig groß ist und toll. Im West Wing ist es schon. Ja gut, da hinten, aber da habe ich auch noch keine Möbel für gefunden. Sondern ich habe halt unglaublich hohe Decken. Und das führt dazu, dass es halt Halt ist. Und bei mir kann man nirgendwo so richtig gut aufnehmen. Und deswegen bin ich abermals hier bei Peter im Studio, was ein Musikstudio ist. Aber warum? Bau dir doch mal einen unter der Treppe da. Ja, weißt du, wo die Treppe hochgeht in den überen ... Das ist so ein Zwergenraum, wo du ... Genau, könntest du dich perfekt genau reinsetzen. Wenn da irgendjemand ... Du musst nur eine Tür davor machen und eine Lüftung. Das ist das Einzige, was du brauchst. Also ein bisschen, dann kannst du den Raum dämmen und dann kannst du deinen Podcast-Raum. Ich meine, wir werden ... Aber kriegt man das schalldicht? Ja klar, wir werden dieses Jahr noch 50 Mal miteinander telefonieren. Macht das nicht Sinn, dass man das zu Hause ... Vielleicht gibt es da draußen einen Hörer von uns, der ein Talent im Schreinerbereich hat und der, die das baut in München. Vielleicht gibt es da irgendjemanden. Liebe Hörer, helft doch bitte Joko Winterscheidt. Er kriegt es nicht hin. Unter seiner Treppe, keine Ahnung, wie breit ist das? Drei Meter oder was? Nee, irgendwas Zeit. Das ist ein Dreieck, oder? Das ist ein Dreieck, ja. Das ist quasi so ein Ausschnitt unter der Treppe. Lass das ... Pff, 2,50 ... Maße kann ich ja zur Verfügung stellen mit einer perfekten Zeichnung. Lade ich das mal hoch dann. Aber ich würde sagen, 2,50 ... Höhe 1,80 und vielleicht einen Meter tief. Und dann halt quer durch, also da muss man den Satz des Pythagoras ... Genau, ja, das Dritte fehlt, genau. Da muss man A-Quadrat plus B-Quadrat plus C-Quadrat. Genau, und dann 2,50 Quadrat plus, was war es, 1,80 Quadrat ... Ja, irgendwie so. Die genauen Maße kann man jetzt ... Das ist eine gute Idee. Und so weiter. Ich habe es wirklich mehrfach versucht, aber ich habe niemanden gefunden, der dann so ad hoc immer Zeit hat. Aber wenn hier jemand ... Ich bin mir sicher, dass die Roommates das lösen können. Und dann ... Du bezahlst es ja auch, oder nicht? Ja, sicher. Ne, ernsthaft. Zahlst du es vorab? Das klang nur gerade so, wenn man sagt, ja, sicher bezahle ich das. Vorab? In der Vorkasse? Ich würde sagen, ich würde erst mal 30 Prozent anzahlen. Und wenn dann zwei Tage später eine Mail kommt, wo es heißt, nur um sicher zu gehen, wir hätten gerne 50 Prozent, würde ich sagen, auch kein Problem, überweise ich sofort. Wenn es nicht ganz so teuer ist wie das Ferienhaus, wäre das okay für mich. Okay, vielleicht klappt das ja. Damit du es bezahlen kannst, gehen wir einmal kurz in die Werbung. Du, Joko. Sondern es ist auch so, dass die einfach Neuware haben. Das ist so ein richtiges, wie ein Kaufhaus. 80 Prozent sind Neuware. 80 Prozent Neuware, guck mal. Und überwiegend ohne Versandkosten. Guck mal, das wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass es umsonst nach Hause kommt. Also freie Hauslieferung sozusagen. Ich gucke kurz mal nach. Kostenlose Lieferung für Millionen von Artikeln ist, was tatsächlich so ist. Ja. Und egal, was ich will, ob ich mir jetzt nochmal einen neuen Hochdruckreiniger für meinen nicht vorhandenen Garten kaufe oder irgendwelche Techniken. Ich kaufe meine Schuhe da immer. Tatsächlich sind die mega gut, was Yeezys angeht und so Sachen halt. Ja, jeder so, wie er kann. Ich kaufe halt nach wie vor eher so preisgünstig, preisleistungsmäßig ein. Denn wenn du da deine Yeezys kaufst, dann muss es dir schon sehr gut gehen, Paul. Preis-Leistungs-Joko versus Commerz-Paule. So sieht es aus. Ich habe noch eine Frage. Kann Svenny, der ist ja mehrfach da am Tag, kann der nicht noch andere Sachen machen wie Blumengießen, vielleicht kann der das bauen da und den Raum, den du brauchst zum Podcast aufnehmen. Stimmt. Wenn der eh da ist so oft. Kann ich ihn fragen, das ist eine gute Idee. Check ich, sage ich dir nächste Woche Bescheid. Okay. Nun aber zu den, also Joko. Ich habe, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre nichts passiert diese Woche. Es gab ja so ein, zwei, ein, zwei, was ist da los? Was ist passiert? Wer hat was? Also so, es gibt. Also der Hund ist nicht von mir, falls du das meinst auf Instagram. Das ist der Hund. Genau, das ist die erste Frage. Ist der Hund von dir? Nein, das ist der Hund einer sehr guten Freundin und auf den passe ich ab und dann auf und an dem Tag habe ich auf den Hund aufgepasst. Okay, und die zweite Frage betrifft Schummelvorwürfe oder wie auch immer man dazu sagt, gegenüber deiner Fernsehaktivitäten, wie ich gehört habe. Also ich lese ja nur Nachrichten hier. Bis auf bild.de habe ich alle verschlungen und gelesen. Ich habe da meine persönliche Meinung. Ich finde, also mit Late Night Berlin hast du ja erstmal nichts zu tun, oder? Nee. Das ist ja nichts. Also irgendwas heißt, nein, also ich bin da inhaltlich nicht verantwortlich, aber das ist natürlich meine Produktionsfirma, die ich mit Klaas habe, die das produziert. So, Punkt. Okay, aber du hast ja nichts redaktionell damit zu tun. Und die, das heißt, wir können jetzt mal kurz über Duell um die Welt reden. Der, der, also für mich ist es nicht so besonders überraschend, finde ich. Also ich hoffe doch, dass ihr, wenn ihr da Leute an Bungee-Seile schickt und wenn ihr da Leute in wirklich gefährliche Situationen, also es sind ja immer noch richtige Stunts und ich hoffe zu Gott, dass ihr die immer noch Absicht, also dass das Ergebnis nicht sein kann, aber vielleicht sterben die dabei. Also ich meine, das wäre schwer, Samstagabend 20.15 Uhr, wenn du dann sagst so, ah sorry, der hat es nicht überlebt, machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Joko, du hast für Klaas... Nee, natürlich nicht. Also ich, ja, also... Das war ja schon zwei, dreimal, also Entschuldigung, aber der, der ist nicht mit Tim Meltzer auch mal irgendwas schon mal schiefgegangen? Ach du, selbst bei mir und bei Klaas, ne? Ich wollte gerade sagen, bei mir war es ja auch so, ich hatte irgendwann mal da bei diesem Halo-Jump falschen Sauerstoff und als wir dann danach am Boden waren, weil ich da oben irgendwie passed out war, meinten die Ärzte auch, die ich dann in Deutschland kontaktiert, dachte ich, ah, der hättet ihr eine Adrenalinspritze gebraucht, um dich ins Leben zurückzurufen, wenn da eine Lunge kollabiert wäre. So, das sind Momente, die dann einfach nicht so feierlich sind und aus solchen Momenten lernt man dann natürlich. Aber ich glaube, um es ganz kurz und knapp zu fassen, ich will doch gar nicht allzu viel zu sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder A, Verständnis dafür hat, dass wir keine Leben in Gefahr bringen wollen, dass es auch nicht unsere Aufgabe ist, Leben in Gefahr zu bringen. Wenn wie bei einem Tim Melzer, wo wir schon dachten, wir sind sehr gut vorbereitet, was Sicherheitsvorkehrungen betrifft, tatsächlich was passiert, dass er danach im Krankenhaus liegt, weil er Verbrennung im Gesicht hat, ist das was, wo du dann halt einfach noch mehr darauf achtest, dass es umso sicherer wird. Und natürlich ist das auch unsere Pflicht, weil nochmal, genau wie du gerade richtig gesagt hast, es kann ja nicht sein, dass wenn Charlotte Roach da irgendwie an zwei Haken hängt und die reißen in ihrem Rücken aus, dass die dann unten auf dem Boden klatscht, sondern dann hängt sie halt in einem zweiten Seil. Und genauso ist das natürlich bei allem anderen auch, wo man halt sagen muss, es ist unsere verdammte Pflicht, egal wen wir zu dieser Sendung einladen und der sagt zu und der kommt mit, dem das so sicher zu gestalten, dass es nicht am Ende sein Leben kostet. Das ist einfach gesunder Menschenverstand, glaube ich, der da mitschwingt. Aber natürlich ist es auch so, dass ich jeden verstehen kann, der, sag ich mal, den Gedanken im Hinterkopf nicht hatte, zu sagen, ach, das finde ich jetzt aber kacke, woher weiß ich denn jetzt in Zukunft was fake und was nicht fake ist. Ich kann aber eine Sache versprechen und vielleicht noch eine Sache vorweg, ähm, jeden, der sich jetzt irgendwie von uns übers Ohr gehaut fühlt, ne, ich glaube, wenn man Scheiße gebaut hat, gehört es sich, dass man einfach mal sorry sagt und das kann ich an der Stelle gerne machen, es tut mir leid, ich glaube, da war nie die Intention, dass man irgendwen enttäuschen wollte, sondern da ist die Frage halt auch, wenn Sophia Tomala von A nach B fährt, ist das Duell um die Welt die richtige Show, um hinzugehen und zu dokumentieren, wie sie von A nach B kommt oder sind die Umstände, die das dazu gebracht haben, dass Dinge sich verändert haben, vielleicht einfach irrelevant in dem Moment und man erzählt es einfach anders im Nachgang. Aber nochmal zurück zu Entschuldigung, das ist wichtig, glaube ich, dass man einmal sagt so, ey, sorry, ne, und gleichzeitig werden wir in der Zukunft einfach darauf achten, dass wir das, was wir jetzt hier irgendwie als Vorwurf formuliert bekommen haben, ein bisschen sensibler weiter anzugehen, also noch mehr darauf zu achten, dass es dann vielleicht sauberer erzählt ist von mir aus. Gleichzeitig glaube ich aber auch, und das steht außer Frage, ja, das Duell um die Welt und egal wie sicher die Aspekte im Hintergrund sind, ist immer noch die krasseste Show im deutschen Fernsehen. Da machst du dir in die Hose, wenn du weißt, dass du da mitmachst. Das sind die beschissensten Tage meiner Fernsehkarriere gewesen, wenngleich man heute immer noch gerne heroisch da sitzt und sagt, ja, da habe ich mir den Mund zunähen lassen oder Klaas ist irgendwo in Südamerika, ein Wasserfall mit dem Boot runtergerutscht und wurde dann vom Hubschrauber gerettet. Das ist einfach so und das wird immer so bleiben, aber auf die Gefahr, dass ich... Wenn ich kurz sagen darf, ich finde, das macht es auch null schlechter oder weniger spektakulär. Ich finde es immer noch genauso krass, was ihr da gemacht habt und hoffe inständig, dass ihr euch nicht in Lebensgefahr und eure Kandidaten nicht in Lebensgefahr dabei bringt. Insofern ist das für mich, macht es das, ob Charlotte Rosch dann ein Sicherheitsseil hat oder nicht, ist total wurscht. Es ist trotzdem völlig wahnsinnig, dass sie das gemacht hat und sie bleibt die krasseste und so. Es ist auch wirklich von euch beiden jeweils total krass und da habe ich eine andere Meinung. Da finde ich es tatsächlich und auch wenn dann, also ja, wir können uns jetzt in Details verlieren, aber grundlegend... Nee, aber ich glaube grundlegend, scheiße gebaut, ja, sorry, tut uns leid, ist es immer noch krass? Ja, es ist ultra krass und wollen wir Menschen in Lebensgefahr bringen? Natürlich nicht und deswegen finde ich, ist es so ein bisschen... Das Maß, was angelegt wurde, ist angelegt worden und was man davon hält, kann dann jeder für sich entscheiden. Okay, ich habe ein paar Fragen. Bitte. Da kannst du immer kurz Ja und Nein antworten, weil, also wenn man das so liest, was da so steht, dann ist man ja... Also ich bin ein bisschen verunsichert. Ich glaube, die Antworten zu wissen, ich will es nur einmal kurz unter uns und mit dir gemeinsam besprochen haben. Hast du Obama getroffen? Ja oder nein? Ach Gott, Fakt oder? Ja, habe ich getroffen. Habe ich getroffen. Hast du aus einer fahrenden Limousine gepinkelt? Ja, habe ich. Mein Alter, ja natürlich. Hast du Geld an den Betrüger überwiesen? Sag mal, ja, ich habe tatsächlich Geld an eine betrügerische Organisation verloren, Hast du mit einer Banane und einem Rucksack... Da gibt es Bilder von, Mann. Glaubst du, das habe ich gefakt? Ja, aber kann ja auch sein, dass das gefakt ist. Wer weiß, heutzutage geht das ja alles, dass mir irgendjemand das zuschickt und das nicht... Ja gut. Also einfach nur ein Ja oder Nein, bitte. Ja. Mit Winterscheid. Okay. Hast du deinen Koffer am Flughafen wirklich stehen lassen und bist ein... Ja, wie? Hast du einem Fudora-Fahrer wirklich kein Trinkgeld gegeben? Sag mal, es reicht. Ich möchte, dass jetzt einmal für mich... Nein, das wird unsympathisch. Weil ich nicht belogen worden bin. Ey, sag mal, ich hab dir die... Ja. Hast du einen Stromschlag aus der Steckdose hinterm Sofa bekommen? Habe ich. Hast du Tannenzapfen gegessen in einem Sternenrestaurant? Habe ich. Hast du Weidenfälle auf den Schwanz geguckt? Nein! Mann! Hast du den Polizei gefragt, ob du mal mit den Pistolen schießen darfst? Ja, habe ich. Hast du wirklich eine Schlägerei interveniert? Ja, sag mal! Und warst du wirklich mein Kraftsüchtig? Und das bist du aber nicht mehr, oder? Das bin ich nicht mehr, nee. Aber kann ich heute Abend wieder anfangen. Boah, wie jetzt wurde es da? Habe ich komplett vergessen. Okay. Das war eine gute Zeit. Alle Wege führen nach Ruhm. Ich muss ja zugeben, ich übertreibe schon manchmal. Also so gerade was Zahlen angeht, bin ich nicht immer bei der Wahrheit. Aber auch meine Geschichten stimmen ja. Aber auch die Geschichten, die du erzählt hast, haben sich ja so abgespielt. Insofern. Ja. Ja, mein Gott. Alles gut. Alles zugesagt, glaube ich. Also, hier beim Skifahren, ja? Ja. Was mich... Also, ich habe verschiedene Sachen, die ich fragen will. Ich habe eine erste Frage, die mir immer unter den Nägeln brennt, weil ich bin... Ich fahre ja selber erst seit einem Jahr, ja? Und ich bin immer jemand, der macht die Schneeverhältnisse dafür antwortlich, ob man gut oder schlecht fährt. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich glaube, entweder kannst du fahren oder nicht. Ist der Schnee so krass anders in Amerika als in Europa? Habe ich jetzt nicht gemerkt, nee. Also, es war... Weil alle immer sagen, das ist so ein geiler Powder. Also, nicht, dass ich da was von hätte, weil ich gar nicht im Powder fahren kann. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass, wenn man so Bilder sieht, das sieht immer irgendwie geiler aus da bei euch. Also, die Sicht ist schöner, finde ich. Also, es ist panoramamäßiger. Wobei das in den Alpen auch geil ist. Aber, also, ich versuche es mal zu vergleichen, was so grundlegend... Also, eine Sache ist, und deswegen musst du vielleicht unbedingt das mal machen, es ist so ein High-End-Service hier. Also, ich war jetzt in Deer Valley zwei Tage. Und der Service-Gedanke ist einfach komplett anders als in den Alpen oder zumindest da, wo ich war in meinem Leben. Es ist so, es sind überall saunette Leute. Jeder redet dich an. Es gibt die Schlangen allein, stehen quasi, es kommen von drei Richtungen. Und dann ist da ein Einweiser, der die Leute einteilt in Vierer-Lüfte. Und das ist, allein, dass da Human Interaction stattfindet, ist so geil. Also, dass du quasi... Aber was meinst du mit der, der weist dich ein? Wenn du unten ankommst an der Piste oder was? Also, du fährst die Piste runter und dann treibst. Und dann stehst du quasi in der Schlange und dann packt der immer Leute zusammen. Und du stehst nicht, es sind nicht 1000 Leute, die sich in Vierer-Gruppen am Ende irgendwie rauskommen und reindrängeln. Und ich hatte so manch aggressive Situation in Steh-Lift. Also, es ist ja auch so ein physischer Vorgang mit den Stöcken und mit den... Und alle Leute sind so und stehen dir auf den Skiern und was auch immer. Und das ist überhaupt gar nicht so, weil dort quasi Leute immer in... Es gibt einen Einteiler, der quasi Leute zusammenstellt und sagt, du zwei mit denen, der eine da drüben. Und es ist quasi ein so ein Viereck in der Mitte frei, wo jemand mit dir redet. Und die sind saufreundlich. Und das allein ist ein Grund wert, das zu machen. Dann gibt es... Die haben so Sachen wie, am Lift unten kannst du deine Skier umsonst abgeben und am nächsten Morgen wiederholen. Du musst also nicht mit dem ganzen Geraffel zum Auto oder woanders hin oder in den Bus oder in Transfers oder in irgendwelche Skikeller. Sondern es ist am Lift eine riesengroße Halle, wo die, wenn die sagen, wenn du einen Skipass hast, dann kannst du es da abgeben. Und dann kriegst du eine Marke und dann geht es wieder zurück. Dann gibt es Leute, die dir beim Skiverladen helfen. Und ich habe die dann gefragt, warum sie das machen, da haben die gesagt, naja, es sind immer Überforderungssituationen für Menschen mit Familien, die mit einem Auto ankommen. Und dann, also du kannst so quasi hochfahren und da das Zeug rausschmeißen und dann unten parken. Und die haben quasi gesagt, naja, wir haben immer die, da sind helfende Hände, wie beim Hotel sozusagen. Die nehmen dir die Skier ab oben, sie helfen einfach dabei und dann geht es viel, viel schneller. Und sie sind saufreundlich, da war irgendein Deutscher, der irgendwie nach vier Jahren umgezogen ist, vor vier Jahren in Deutschland gelebt hat. Und also so, der Service von den Leuten und jeder Lifttyp und so weiter, jeder spricht dich an und die scannen halt immer. Du wirst ja immer gescannt und dann sagen sie, oh, Family Ripkey, how are you today? That's some amazing stuff you do. Aber das magst du auch, muss man dazu sagen. Das ist mega geil. Ich finde es richtig, richtig geil. Also saufreundlich alle. Aber du magst ja auch, wenn du in Amerika an der Straßenecke angesprochen wirst und sagst, oh, I like your shoes. Und du denkst dir so, oh, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir einfach unterschiedlich gelagert. Ja, ich finde es aber so rumgeiler. Und deswegen bin ich hier auch ein bisschen, es gibt keine Snowboarder. Es sind Snowboarder verboten in Dear Valley. Ich weiß noch nicht, ich habe jetzt nichts gegen Snowboarder. Viele meiner Freunde fanden Snowboarder. Aber es ist schon angenehmer vom Fahren her, weil halt nicht immer irgendwo irgendwer in der Gegend rumsitzt. Und das muss man schon sagen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und es ist halt, was fehlt. Ist es voll? Ist es so voll wie wie? Null voll. Also bei mir war es am Wochenende. Weil das finde ich ja immer geil. Das sind die einzigen Tage, wo ich Skifahren dann genießen kann. Und ich bin wirklich jetzt, glaube ich, in den letzten sechs Monaten drei oder viermal Skifahren gewesen. Es sind dann die Tage, entweder sehr früh morgens, wenn wenig los ist, weil mich stresst das immer wahnsinnig, wenn du noch nicht so gut bist. Wenn jemand von hinten, du hörst den angerauscht kommen und du weißt nicht, wie verhalte ich mich denn jetzt. Weil du bist ja auch als erstes der Idiot, der einen Fehler macht und dann quasi unlogisch reagiert in deiner Abfahrt. Und dadurch entstehen dann wahrscheinlich die Unfälle. Aber das fände ich ja mega, wenn du so ganz breite Skipisten hättest, wo kein Mensch fährt. Das wäre mal ein Traum. Das findet jeder mega. Aber das ist hier schon sehr viel mehr. Also ich war jetzt morgens immer zwei Stunden, am Mittag wurde es schon voller. Aber also grundlegend machen die auch zu. Die verkaufen 2500 Tickets am Tag für so und so viele Lifte. Also so, man merkt schon, das ist viel, viel weniger. Und das ist, glaube ich, in den Alpen auch. Und dann teurer als die Alpen? Weiß ich nicht. Also ein Tagespass hier in den Skigebieten um München herum, würde ich sagen, zwischen 40 und 60 Euro. Das ist Quatsch, Joko. Das ist wirklich, das glaube ich dir nicht. Also es ist viel teurer dann hier. Hier hat es, glaube ich, 160 gekostet. Ein Tagespass, aber für eine Person, nicht für eine Familie. Für eine Person, ein Tagespass, ja. Glaube ich zumindest. Müsste ich nochmal recherchieren. Ich bin mir ziemlich sicher, also da weißt du ja, wie ich ticke. Ich komme an den, also ich fahre ja hierher. Ist dir auch egal. Und dann stehen wir zu fünf da. Wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, ob das teuer oder weniger teuer ist, dann macht ja keinen Unterschied. Ich werde ja jetzt nicht wegen 40 Dollar sagen. Du meinst die Disneyland-Geschichte? Pass auf, wir geben nicht mehr als 500 Dollar heute aus. Und man kommt vom Ticket kaufen zurück und sagt so, ah okay, dann können wir jetzt reingehen, aber wir können nichts machen drin. Weil wir haben es schon über 500 Dollar ausgegeben. Nee, ich meine, das sind, also ich habe, meistens muss ich eigentlich einmal sagen, ich fahre nie voll. Also ich meistens nehme mir immer so eine Vormittagskarte oder so eine Stundenkarte. Weil ich nie, also ich mag es nicht, wenn der Schnee sulzig wird. Dafür fahre ich einfach noch viel zu schlecht. Vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch, aber ich meine nicht, dass das jetzt viel teurer ist. Ja, ich gucke, ich suche es mal und dann, ich finde es mal raus und dann können wir gucken. Also dann ist es sehr viel teurer. Und grundlegend, also ich, ja nee, ich fand es sehr, sehr schön und sehr interessant hier. Und vor allem, was aber gefehlt hat, und das ist der große Minuspunkt, ist, es gibt null die Hüttenkultur. Wollte ich gerade fragen, was ist mit Essen? Liebig heiß und innig in den Alpen irgendwo einzukehren. Und dann ist da so eine, ja, kleine Küche und individuelle, man kann so auswählen, was passiert. Hier sind so, wie so Mensas, also so drei riesengroße, das ist halt alles, gehört einer Firma. Und dann ist halt, die haben halt ihre zwei Grillstationen, wo dann, das ist jetzt auch nicht schlechtes Essen, aber es ist halt mit so Tabletts und riesengroß und keine Ahnung, da sind dann 800 Leute, die Mittag essen oder sowas. Und es gibt nicht eine einzige, zumindest hier nicht eine einzige coole, kleine, es ist ja so. Also, und wenn es kleine, ich weiß nicht, warst du mal in Aspen? Warst du mal im Cloud Nine? Kennst du das? Ich wünschte, ich könnte die Frage jetzt mit Ja beantworten, weil tatsächlich, ich würde den Ort, und jetzt kommt das Bizarreste, warum ich da gerne mal hinwollen würde, weil Dumm und Dümmer da gedreht wurde. Das ist der einzige Grund, warum ich Bock hätte, nach Aspen zu fahren, weil Dumm und Dümmer für mich einer der größten Filme in der Geschichte aller Filme ist. Aber nein, war ich leider noch nie. Cloud Nine ist dann, was ist der, der Superrestaurant da, oder was? Nee, das ist so ein Laden, da kannst du, also da musst du reservieren und hast einen Mindestverkehr, Verzehrverkehr, Mindestverzehr von 400 Dollar, glaube ich, pro Person. Egal, ob das ein Kind ist oder ein Senior, das ist völlig egal, jeder muss 400 Dollar Mindestverzehren. Und bei der Bestellung wirst du gefragt, ob du in den Wet- oder in den Dry-Room willst. Und ich sag mal so, im Wet-Room wird ab 14.30 Uhr Champagner versprüht, und zwar in groben Mars. Das ist der einzige Ort, wo ich je jemanden gesehen habe, der eine Wölf-Gun hatte. Also eine Pistole, die du oben drauf, die machst du auf eine Flasche Wölf-Clicquot, und die ist natürlich aus Gold. Und dann schießt der wie so eine Super-Soaker, allerdings mit Wölf, einfach Leuten ins Gesicht. Völlig daneben und völlig gestört. Und dann sind die natürlich auch alle komplett besoffen. Und dann wird man nach Hause gefahren mit so einem super gepimpten Snowcat, weil du halt nicht mehr fahren darfst natürlich. Also du darfst nicht Skifahren runter. Und dann ist das aber so, wie so von East Coast Customs, so eine Schneekatze, die quasi eine super Anlage mit Lichtanlage und so perfekten Ledersitzen und so weiter. Und so eine Transporter-Snowcat, wo du dann runtergefahren wirst. Ja, es ist ein bisschen was anderes als so Kässpätzle auf einer Hütte. Und ich mag die Kässpätzle sehr, muss ich sagen. Also so, das habe ich vermisst. Das war da ein bisschen. Aber sonst, also... Kässpätzle und Austern, ich finde, das gehört sich auf jeder Hütte. Ja, natürlich. Einen schönen Hummerschwan. Ja, aber ich bin ein Riesenfan und das finde ich auch immer traurig, wenn du dann auf eine Hütte kommst und die haben keinen, na, hier keine Dampfknödel, wie heißen sie? Doch, Dampf. Gernknödel. Gernknödel, genau. Die haben keine Gernknödel. Weil ich liebe Mohnen, ich bin mohnsüchtig. Wenn ich irgendwie Mohnteilchen kriegen kann, die kaufe ich alle beim Bäcker. Und dann Mohn mit Vanillesoße und dann sage ich immer, können ich extra Mohn und extra Vanillesoße haben? Und dann kommt dieser pflaumige Innenkern, den ich so auch so wahnsinnig liebe. Und wenn du dann auf eine Hütte einkehrst und dann haben die das nicht, dann denke ich mir so, Mann. Ich kann mich erinnern, als ich früher, ein paar Mal mit Freunden, Mitte der 90er Skifahren gewesen. Aber dann habe ich damals Snowboard gelernt, was aber auch keinen Sinn gemacht hat. Und da bist du, egal wo du eingekehrt bist, gab es auf jeder Hütte. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, man muss fast so eine Gernknödelkarte machen, wo man halt einkehren kann, wo es Gernknödel gibt. Und das muss ich das Einzige sagen. Ich bin dann ja immer hier, wenn in München, wenn du rausfährst, dann ist ja entweder so Kirchberg hier, Skiwelt, Brixenamtal hier, Skiwelt, das ist das Skigebiet, oder halt Kitzbühler Alpen. Und da gibt es wenige so richtig derbe geile Hütten. Das finde ich richtig schade. Also das ist schon sehr exklusives Skifahren da, finde ich. Aber das spiegelt sich dann nicht so wirklich in den Hütten wieder, was das Essen angeht. Und das meine ich nicht Hummer und Co., sondern das ist dann echt so Massenabfertigung. Da musst du dir echt die Hütten aussuchen, wo du einkehrst. Das finde ich immer so ein bisschen verwunderlich, weil das ist doch eigentlich dann auch gerade hier in Österreich, mit der geilsten Küche der Welt, dass da dann irgendwie es nicht möglich ist, so auch geiles Essen abzuliefern. Und wenn es nach mir ging, wirklich, man müsste so eine Gernknödel aufmachen, die an allen Skipisten stehen. Ich würde da wirklich Ski-In machen und mir einfach nur einen Gernknödel reinziehen. Geschäftsidee. Gernknödel ist das Beste. Da habe ich früher immer, ich war immer in Kaprun im Herbst, um die Saison zu eröffnen, in Herbstferien in Heidelberg. Du hast sie da eröffnet, ne? Bist du dann immer mit Feuerwerkskörpern auf dem Rücken, bist du die Piste runtergefahren. Um meine Saison zu eröffnen, Mensch, mit dem Skiclub Heidelberg. Ich war doch, ich bin Schwarzwaldmeister, mehrfach. Bist du nicht auch mit Schweini Ski gefahren, hast du mal erzählt? Ja, der hat mich, der hat mich, der hat die Karriere beendet. Aber angefangen hat sie mit dem Skiclub Heidelberg und mit meinem Trainer, dem Haki. Und wegen dem habe ich auch Tiertelung gemacht. Und wegen dem habe ich auch, bin ich mit dem Rennradfahren angefangen. Deswegen. Und da waren wir immer in Kaprun, da gab es immer Gernknödel. Das war einfach das aller, aller, allergrößte. Ist du mit Mohn, Butter oder mit Vanillesauce? Ne, Vanillesauce, Butter mag ich. Mit Vanillesauce. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen auf dieses gesenkte Sau. Ich habe ein zweites Beispiel gefunden, um kurz das Thema zu wechseln. Sagst du Imbusschlüssel oder Inbusschlüssel? Also mit N oder mit M? Mit M wie Martha. M wie Martha. Das ist falsch. Das heißt Inbusschlüssel. Hä? Ja. I-N-B-U-S Schlüssel. Woher kommt das? Weiß ich nicht. Aber Bildungsauftrag erfüllt. Können wir wieder Geld verdienen mit einer Werbung. Wir können eigentlich Schluss machen. Wir haben schon zwei Bildungsaufträge hier heute erfüllt. Werbung und dann sprechen wir über was anderes. Joko, mein Freund. Letzte Woche hast du ja den O2 Free Unlimited Tarif für 29,99 Euro getestet. Die erste erschwingliche Surflat, ja. Surflat, genau. Und da habe ich mich mal schlau gemacht, weil es mag ja sein, dass das für dich passt. Aber ich als Freiberufler, Selbstständiger, selbst und ständig, ich bin Entrepreneur sozusagen mit verschiedenen Sachen und wollte einmal checken, ob es das tatsächlich auch für Selbstständige gibt. Und Überraschung, es gibt's. Ich habe 24 Folgen, haben wir O2 als Partner und nie habe ich herausgefunden, dass die diesen geilen Tarif tatsächlich auch für Selbstständige haben. Heißt das, ich habe den für Unselbstständige oder was? Das hast du jetzt gesagt, Joko. Aber was heißt es? Ich kann nur sagen, ich bin selbstständig. Paris ist ja ein Business und damit mache ich. Absolut. Da muss ich erreichbar sein. Da brauche ich eine saubere Datenflat. Ich brauche eine telefonische Erreichbarkeit. Und das wiederum mache ich mit dem O2 Tarif für Selbstständige. Okay, und was kann er noch? Hat er eine EU-Flat oder? Genau, das ist oben drauf zu dem, das hast du glaube ich nicht, aber ich meine, dein Tarif ist schon ziemlich geil. Aber bei mir gibt es noch ein kleines Sahnehäubchen oben drauf, nämlich eine EU-Flat für Anrufe ins EU-Ausland. Umsonsten, für Umme. Okay, und das gilt dann nur für dich oder für alle? Nee, für vier Angestellte. Ich habe vier Angestellte bei mir und genau dafür passt es. Bis zu vier Angestellte bekommen 50 Prozent dann auch noch. Und das ist quasi das Sahnehäubchen. Nach dem kleinen Schmankerl mit dem EU-Ausland gibt es noch ein Sahnehäubchen oben drauf. Und genau, 50 Prozent Rabatt für die vier Angestellten, die ich zumindest habe. Hast du Angestellte? Nee, ne? Du bist Unselbstständige. Ich habe sehr viele Unselbstständige. Ich bin unselbstständig und habe dementsprechend keine Angestellten. Aber vielleicht wäre das was für Sushi-Bikes. Da zum Beispiel wäre das ein wunderbar anwendbarer Moment. Schlage ich dem Andi vor. Hast du einen O-Moment diese Woche? Hast du was im Internet entdeckt? Nee, nicht im Internet. Ich würde ja gerne den O-Moment, was auch immer du jetzt findest, weil es war diese Woche deine Aufgabe, den würde ich gerne posten. Also ich biete an, dass ich den auf Instagram poste. Aber dann solltest du das vielleicht nochmal überlegen, weil ich habe es nicht im Internet gefunden, ich habe es im Fernsehen gesehen. Und zwar gab es hier die peinlichsten Momente der Fernsehgeschichte auf ProSieben. Und ich habe, pass auf, ich habe dich gesehen, wie du bei Prankenstein ... Du meinst die zehn krassesten Streiche, die je gemacht wurden. Die zehn krassesten Streiche, die je gemacht wurden. Oder wie auch immer es hieß. Ich habe keine Ahnung, wie die Sendung heißt, aber du weißt, was ich meine. Du bei Prankenstein, wie du in einer Hotelsuite bist. Und ich sage mal so, loose cannon, ja. Du hast da ... Also das ist wirklich, das muss man gesehen haben. Du warst out of order. Hallo, da haben wir Leute geprankt. Und weil das halt echte Leute waren, die wir da verarscht haben, musste man ein, zwei Spauen hochkommen. Ja, aber du bist echt ausgerastet. Ja, sonst wäre das nicht aufgegangen. Jetzt erzähle ich dir nächste Woche, erzähle ich dir mal ganz genau, was da wirklich passiert ist. Das ist eine lustige Geschichte. Da war ich Alan von Hangover sozusagen. Ja, das hast du sehr gut gespielt. Ich poste es mal auf Insta, dann können ja alle sich das anhören. Bitte. Oder anschauen, was ich da veranstaltet habe. Also fandst du mich sexy dabei? Ich habe nur eine Unterhose an, ne? Bitte, zwing mich nicht jetzt hier, das zu kommentieren. Bitte. Okay. Sag mal nur ganz kurz, rauscht es bei mir oder bei dir? Irgendwo habe ich einen Brummen. Bei mir. Hier ist gerade so eine. Der Amerikaner hat ja keine Heizung. Also keine, wie bei uns, Heiz, wie sagt man zu den Geräten? Heizung. Körper. Körper. Heizkörper. Warmwasserheizung sozusagen. Sondern hier geht es ja über Luft, was ich wirklich nicht besonders gerne mag. In dem Haus, in dem wir sind, ist alles über so ein Nest-Ding gelöst, wo du quasi so dran drehst. Und das ist das amerikanischste aller Produkte. Du kannst es entweder wärmer oder kälter machen, aber du kannst es nicht ausmachen. Das heißt, es geht einfach immer wieder irgendwo so eine Lüftung. Also jetzt gerade unterm Tisch wird es tierisch warm. Und jetzt kommt heiße Luft, weil es halt irgendwie zu heiß ist. Und es hat auch immer eine Verzögerung. Zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Und ich habe es nachts mehrfach versucht, weil die Dinge auch nachts angehen. Und es ist ja auch so ganz trockene Luft, also so diese trockene Heizluft. Wir haben zu Hause bei uns noch nie die Heizung angemacht, deswegen in Kalifornien, also in Newport. Ich weiß, so einmal, als wir da über Weihnachten da waren und es war das schlechteste Wetter aller Zeiten, da hätte ich mich gefreut. Da haben wir uns unter die Heizdecken gesetzt tagsüber, weil die Heizung nicht funktioniert hat. Da war alles klamm. Da hast du im Bett gelegen abends und hast dich mit so einer halbnassen Decke zugedeckt, weil keine Heizung da war. Ach. Auch verrückt. Das waren die guten alten Zeiten. Da waren wir noch wild und verrückt. Was sind deine Gewinner der Woche und was ist dein Content der Woche? Diese zwei Fragen. Gewinner der Woche würde ich sehr gerne den Schauspieler Volker Bruch hervorheben. Volker Bruch käme wahrscheinlich am ehesten noch aus Babylon Berlin. Der war schon mal in San Francisco. Sehr netter, lustiger. Unfassbar guter Typ. Mag ich auch total gerne. Wir kennen uns gar nicht gut. Haben uns einmal irgendwie auf dem Grimme-Preis kurz unterhalten. Und dann so klassisch, wie man heutzutage Kontakt hat über Instagram. Aber der benutzt, und das mag ich sehr. Weil es viel zu wenige machen. Der benutzt seine Position gerade unfassbar, um darauf aufmerksam zu machen, was in Griechenland passiert, dadurch, dass Erdogan gesagt hat, die Grenzen sind offen. Und da gab es ja auch eine Abstimmung zu im Bundestag, wo dann abgestimmt wurde, ob man Flüchtlinge aufnehmen soll oder nicht. Und er hat jetzt die Tage einen sehr, sehr guten Post gemacht auf Instagram. Da hat er quasi gezeigt, dass du sehen kannst, wer im Bundestag dagegen abgestimmt hat. Also gegen, wir nehmen Flüchtlinge auf. Das war ja leider gerade die Mehrzahl. Also der Stand der Dinge zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufnahme ist, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen. Und er hat dann so geil gezeigt, ey, pass auf, hier kannst du einen sehen, wer dagegen gestimmt hat. Und die haben auch alle mittlerweile ein Social-Media-Profil. Und es wäre doch geil, wenn wir jetzt einfach alle hingehen und denen schreiben, dass das eigentlich so als Vertreter des Volkes das Volk eine andere Meinung hat. Und wir doch eigentlich in der Lage sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Also ich mag so die Position, die er da einnimmt, sich klar gegen rechts zu positionieren. A, seine Social-Media-Reichweite dafür hergibt. Und B, dann auch noch quasi aktives Handeln, sag ich mal, einfordert und sagt, guck mal hier, ich gebe euch das an die Hand. Wenn ihr gut findet, was ich mache, müsst ihr das auch gut finden eigentlich. Und bitte legt damit los. Finde ich einen mega Move und war ich riesen Fan von die Woche. Sehr gut. Finde ich auch gut. Ja. Soll ich direkt noch den Content der Woche in der erschießen? Ja, was ist dein Content der Woche? Ich habe einen super Instagram-Account gefunden. Ich möchte ihn als Brainfuck bezeichnen. Fontanesi, also wirklich jemand spricht F-O-N-T-A-N-E-S-I. Das ist, ich habe es noch gar nicht weiter ergründet, was das ist. Ob das ein Künstler ist oder ob das eine Vereinigung von mehreren Künstlern ist oder ob es ein Fotograf ist oder ich weiß es gar nicht genau. Aber der fügt zwei Bilder immer zusammen und hat irgendwo halt einen sauberen Schnitt. Das heißt, oben und unten sind zwei verschiedene Bilder, also horizontal aufgeteilt und dadurch entstehen ganz weirde, einzigartige neue Bilder. Ich mache es gerade parallel. Guckst du gerade? Das ist schon auch richtig wahnsinnig. Ja, wirklich irre. Wirklich irre. Weil du hast, ich weiß nicht, was du gezeigt hast, aber der hat zum Beispiel ein so ein Bild von so einem Scooter, der irgendwo in der Stadt steht. Der war genau in der Sekunde, habe ich den Scooter gezeigt. Das heißt, es sieht aus, als wenn der Läufer ganz winzigen Oberkörper hat, aber 15 Meter große Beine. Irre, wirklich so, wie nennt man das denn, wie soll das, Täuschung, nee, wie heißt das Wort? Optische Täuschung. Optische Täuschung produziert ultra gut. Das macht wahnsinnig Bock, da reinzugucken. Manchmal braucht man einen Moment, um zu checken, warte, wo ist hier der Schnitt in dem Bild, wo ist der, also super gut gemacht. Keine Ahnung, warum der erst so wenige Follower hat, aber das ist ein unglaublicher Spaß, wenn der was Neues postet. Sehr schön. Mein Content der Woche ist Drive to Survive, einfach aus egozentrischen Gründen, weil ich sehr, sehr viele DMs kriege, wo Leute mich da entdecken, weil ich da ein Hundertstel einer Sekunde drin war. Nee, ein bisschen länger. Ich hab's auch gesehen. Das war geil wahnsinnig, weil das war so nach Hockenheim, war das. Nach einem Schlimmrennen. Hockenheim ging ja alles schief, was auch nur irgendwie schief gehen konnte und dann saßen wir danach in so einem Raum und haben diskutiert. Und der Typ, der ist also, die Menschen, die diese Netflix-Doku Drive to Survive machen, machen das schon sehr, 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 sehr gut. Also so, das Zweite ist ein bisschen zu sportlich, finde ich. Also ich weiß nicht, hast du es gesehen schon? Ich hab's gesehen, ja. Bis auf eine Folge hab ich gestern alles durchgewincht. Aber ich finde auch, also ich weiß gar nicht, ob es Sportlichkeit ist, aber ich fand beim letzten Mal, vielleicht war es aber auch dieses Never-seen-before-Ding, was man halt beim ersten Mal dann noch hat, ne? Dass man so einen Einblick in eine Welt bekommt, wo es vorher keinen gab, vor allem auch in so einer Tiefe. Hier der Steiner von Haas halt einfach ein unfassbarer Typ, ne? Wobei ich das einen sehr guten Einstieg fand, ich glaub, das ist direkt in der ersten Folge, wo der Steiner da auf der Bühne steht und der kleine Junge da in Melbourne fragt so, are you a rockstar or are you a wanker this weekend? Und er lacht halt total. Das find ich schon geil, dass dann so Referenzen entstehen. Aber ich find irgendwie so, ich hab das Gefühl, die Erzählweise hat sich so geändert, weil du immer mehr irgendwie dann der Person kurz folgst und dann bist du aber weniger beim Sport, weil dann bist du auf einmal, obwohl du schon die Rennen gesehen hast, bist du dann auf einmal wieder mit der nächsten Person, aber wieder sechs Rennen zurückgeworfen. Das fand ich beim letzten Mal irgendwie cooler erzählt, aber trotzdem immer noch für jeden, der irgendwie was für Motorsport übrig hat, unglaublich. Und Daniel Ricciardo, einfach ein wahnsinnig, der wirklich einfach der lustigste und coolste Dude ist in diesem Game, hab ich das Gefühl. Ich hab ein bisschen so mein Herz, ich bin ja auch ein großer Fan von Hülkenberg und mag ihn auch als Mensch sehr gerne. Der tat mir so ein bisschen leid, wenn du so mitbekommst, wie seine sportliche Karriere da wahrscheinlich zu Ende gegangen ist, müsste man mal wahrscheinlich ihn persönlich fragen, ob das auch so war. Aber wo du ihm so in den Augen ansiehst, und ich glaub, das sieht man in meinen Interviews am besten, ach, fuck man, es liegt einfach nicht in meinen Händen gerade und trotzdem liegt es in meinen Händen, so diese Ratlosigkeit, was kann man machen? Das hat mir im Herzen ein wenig wehgetan für ihn, weil er einfach ein sehr guter Typ ist. Ja, voll. Also für mich war es natürlich schon auch ein bisschen reumütig fast schon. Also da ging es dann schon los, dass ich auch ein bisschen so, war das so schlau, da aufzuhören? Wirklich? Ja, also wenn ich das mir dann so anschaue, das ist dann schon, man kriegt es ja manchmal nicht so richtig mit, was da so für ein Wahnsinn passiert und wenn man das dann so nochmal da sieht und wie krass das alles ist und wie doll das auch ist. Und wie, also ja, keine Ahnung, das ist halt auch, also ich habe auch Danny Rick das geschrieben, also der ja einfach ultra sympathisch da auch wieder ist und der hat mich übrigens hart gedisst für mein Rennradfahren, hat immer noch gesagt, gayest sport ever. und so weiter. Und ich soll aufhören in diesem Lycra-Zeug durch die Gegend, das wäre nur unverdämmt. Wenn ich Rad fahre, dann zum Mountainbiken gehen, das könnt ihr nicht akzeptieren, dass ich die ganze Zeit Rennrad fahre. Aber ja, nee, ja, war für mich natürlich, also ja, klar, also vor allem die Perspektive mit Niki ist wirklich auch sehr, sehr schwer für mich, weil das ja trotzdem eine, also so, so, so. Da merke ich dann schon, dass auch das ja einer der Hauptgründe ist, warum ich da aufgehört habe, weil Niki halt nicht mehr da war und dass das einer der krassesten Menschen war, den ich je kennengelernt habe und das ist für mich halt nicht so einfach. Also so, weißt du, so als ich da, ich glaube nach Monaco bin ich zu Elias Geburtstag, Elias auf Ibiza, der hat eine Woche Geburtstag gefeiert und hat da Leute eingeladen und dann sind wir immer so eine saukoole Crew auf Ibiza und alle sind lustig und so weiter. Das hast du gerade nicht wirklich gesagt. Da sind wir immer eine saukoole Crew. Ah, ihr seid das, ja gut. Okay, ich ziehe es zurück. Ich habe mich vorbereitet auf Emotionality, ich habe mich konzentriert. Alles gut, lass Emotionen zu. Aber es ist eine lustige Woche. Ich habe geheult, als ich das gesehen habe, ernsthaft. Das wollte ich jetzt gerade sagen, deswegen habe ich mich konzentriert und habe dumme Sachen gesagt, dass man so eine positive Partytruppe quasi ist und ich kam da an und habe quasi übers Wochenende in Monaco so persönliche Nachrichten und Geschichten zu Niki von den Catering Girls, von Marketing, von den Mechanikern. Also jeder hatte ja so seinen, das ist ja das Krasse an dem, der hatte mit jedem so sein persönliches Ding und seine eigene Story sozusagen und das habe ich aufgenommen, gefilmt und habe es dann geschnitten in Ibiza. Und diese, ich sage mal so, außerhalb von mir war halt so Party, Pool, Sonne, Wahnsinn und nur schöne Menschen. Und ich musste das da schneiden und ich habe geheult wie ein Schloss. Und vier Stunden lang sah ich heulend davor und alle Leute kamen immer zu mir an und haben gesagt, was ist denn los mit dir? Und ich so, nee, alles gut, muss ich jetzt durch und so weiter. Und das ist natürlich in der Folge auch nicht so super einfach, das zu verarbeiten, weil der schon echt ganz, ganz, ganz besonders war und ein ganz krasser Typ war. Und das, das, ja, das haben sie aber auch gut erzählt, finde ich. Das haben sie sehr gut erzählt, das finde ich auch. Das haben sie gut rübergebracht, dass das da ganz gut war. Was hast du vor die Woche? Hast du nicht noch einen Hero der Woche? Oh ja, siehst du? Entschuldigung. Hätte ich dich nicht. Siehst du, ich bin so verwirrt. Ja, aber mein Hero der Woche ist natürlich nicht so politisch aktiv wie deiner. Deiner ist sehr, sehr gut und sehr richtig. Ich fand, ich bin sehr positiv überrascht von Dustin Schöne, dem Freund von Lena Gerke. Ich habe den so ein bisschen kennengelernt jetzt und neben der Tatsache, dass er super nett ist, ist er ein hocherfolgreicher Filmemacher und macht echt krasse Sachen mit Saltwater Productions. Was ich aber noch krasser finde, ist, dass der so Side-Business-mäßig angefangen hat, Angelköder zu machen. Und er ist anscheinend einer der besten Angler, die es weltweit gibt. Also der ist irgendwie, also hat auch Martin mir oft bestätigt. Und das Lustige ist, dass wir, also, und die haben jetzt auch so einen Vlog gemacht aus Mexiko, den ich echt gut fand. Also der, wo man so Bock kriegt zu angeln auf einmal, obwohl ich kein Angler bin. Da ist er angeln gegangen, oder was? Wie? Da ist er angeln gegangen in dem Vlog. Genau, mit Lena zusammen in Mexiko, wo die da im Nobu-Hotel, glaube ich, waren. Und dann sind sie halt einen Tag angegangen. Und das, also, der macht einfach lustige Videos, lustige, also sehr gute Videos und ist ein cooler Typ. Und die Lustigste, und wie es halt manchmal so ist im Leben, saß ich mit dem zusammen und kenne den jetzt ein bisschen und was auch immer. Und irgendwann sagt er, weißt du eigentlich, dass ich, und da haben wir so geredet, was so passiert ist. Und dann hat er gesagt, naja, ich habe BWL studiert und das war aber nicht so das Richtige für mich. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein bisschen zu filmen nebenher. Ich so, ja, und er so, ja, und mein erster, echt, mein erstes Projekt, was ich je gefilmt habe eigentlich, da war ich du. Und dann ich so, was bitte? Und dann meinte er so, naja, da war ich, es gab mal eine Materiatour, wo ich nicht konnte. Weil Nationalmannschaft war da. Ja, und dann haben wir gesagt, wir suchen, das war so der allererste Mini-Paul, wo wir so aus Gag gesagt haben, sei du Paul Ribke. Und dann haben die alle immer so T-Shirts von mir angezogen und haben quasi, waren dann einen Tag der Filmer von Materia bei einem Konzert und tagsüber mit irgendeinem Vlog-Kram. Wir waren ja schon die Ersten, die diese Vlogs gemacht haben in Deutschland, so kleine Themen, tagsüber mit was auch immer. Und die waren in Bochum dann, der war der Mini-Paul in Bochum und hat das auch echt gut gemacht damals. Er hat gesagt, ja, da hat er so richtig gemerkt, wie er Bock drauf hatte und daraus wurde es dann. Da war ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlicherweise zugeben, wenn man dann so Sachen von vor zehn, zwölf, wirst du ja auch oft haben. Wer war das letztens? Wer für dich gearbeitet? Nee, genau, der Twitch-König, der irgendwann mal bei euch war. Egal, also ihr habt ja vielen Leuten auch eine Karriere ermöglicht mit allem, was ihr da bei Zirkus Halligalli, bei MTV Home, bei was auch immer. So, ihr seid ja echt verantwortlich. Was heißt verantwortlich? Aber ihr habt vielen, vielen Menschen geholfen. Wir haben eine Bühne gegeben, sag ich mal. Ich glaube, immer so das Talent und die Fähigkeiten muss jeder selber mitbringen. Aber die, die es genutzt haben, diesen Moment da, Crow zum Beispiel, war, glaube ich, sein erster Auftritt. Aus dem Schrank oder nicht? Aus dem Schrank bei uns gab, ja. Ja, deswegen. Also was für Leute bei euch im Schrank waren die ganze Zeit, das ist schon echt crazy, was ihr da gemacht habt. Dippish Mode. Das ist sehr beeindruckend. Hast du die mitgekriegt? Ich habe ja gesagt, Dippish Mode war bei euch im Schrank. Dippish Mode wurde bei euch entdeckt. Ja, ja, klar. Ja, sicher. Weiter geht's. Fake. Fake. Das stimmt nicht. Sage ich hier ganz klar und offen. Stimmt nicht. Joko, hier wird langsam gutes Wetter. Ich muss sagen, ich würde nochmal gerne auf die Piste. Okay, ja, bitte. Bei dir ist ja früh morgens. Du, passt mir gut. Hier war heute ein wunderschöner Tag in München und ich gehe dann hier immer in den Keller runter und denke mir dann auch so, Mensch, jetzt noch so den Abend genießen und ein bisschen Sonnenstrahlen wäre nicht falsch. Aber dann geh du doch einfach auf die Piste und ich gucke mal, ob die Sonne draußen noch scheint. Genau. Und das mit dem Klavier. Oder doch, ich kann eine Frage haben. Ja. Ganz kurz, ja. Bitte. Stimmt. Ich erzähle es andersrum. Es war so um Weihnachten rum, ja. Dieses Jahr. Ja. Ja. Der Smoke Shop neben dem PCH. Ja. Der hat ein, der verkauft ja Rauchartikel, also Bongs, Zigarettenpapier und also Rauchwaren würde man dazu sagen. Ja. Die Peripherie, die man braucht, um solche Dinge zu konsumieren. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so auf Weed, aber natürlich auch Weed spielt eine Rolle, aber sie verkaufen kein Weed, das dürfen sie nicht, weil in Newport Beach ist das City oder also in der Stadt darf man und in Costa Mesa auch nicht, kriegen die keine Lizenzen für den Verkauf von Weed und auch irgendwie keine Lizenz für die Zustellung von Weed. Also deswegen muss man hoch nach Santa Ana. Es ist ja legal im Staat, die Stadt muss aber eine Genehmigung erteilen, das tun sie nicht. Ja. So. Ähm, irgendwann im November fing das grauste Graumarkt-Ding, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, äh, in, im, äh, nebendran an. Und zwar kam ein Mensch von einem, von Puffy Deliveries, das ist eine Weed-Delivery-Firma, ähm, und der saß mit einem iPad an so einem Bodenständer, an so einem langen, drahtigen Ding, weißt du, also wenn du aufs iPad was draufgedrückt hast, dann hat es so gewackelt hin und her. Und zwar, also ganz komischer Vorgang. Und er saß auf einem eigenen Stuhl mit einer eigenen Kasse und einem eigenen Kreditkartengerät in diesem Store drin. Und der rechtliche Vorgang war, du konntest dann dort rein, bei ihm auf einem iPad bestellen, dann wurde die Bestellung ausgelöst und dann kam die Lieferung, die konntest du dann außerhalb des Stores, durftest auf keinen Fall drinbleiben, sondern musstest raustreten auf dem Parkplatz vorne dran. Und dann kam dieser Delivery-Typ und hat dir in der Verpackung das gegeben, hat deinen Ausweis überprüft, hat ein Foto gemacht und das war dann der Übergang. Der grauste Graumarkt, den ich je ever gesehen habe. Also dass das eine Lösung sein kann, war für mich völlig wahnsinnig. War aber saulustig, weil wir natürlich von drinnen die ganze Zeit die Deals gesehen haben, die draußen stattgefunden haben, weißt du, also wir haben eine Spiegelfolie und dann konnte man da immer, und es war schon überraschend, wie viele Schul-, wir nennen die immer Elternkollegen, also Leute, andere Eltern von Schülern, wer da alles kifft, das war sehr aufschlassreich, sagen wir es mal so. Und dann, und das Abstruse war, dass quasi hinter dem Haus hat einfach der Typ geparkt, das waren dann immer, ich habe die irgendwann dann einmal rausgefunden, wer das ist, und die waren halt in so Autos, wo sie einfach gewartet haben mit einem Telefon, das das war vorne auf dem Beifahrersitz, waren die ungefalteten Kartons von Puffy und wenn eine Bestellung reinkam, dann haben die den so zusammengefaltet, sind an den Kofferraum, da war in so einem riesen Peli-Case halt das Zeug alles, was für Variationen, hat das da reingemacht und sind dann so vorgeschlappt und haben das dann übergeben. Also so, das ist völlig abstrus. So, im Dezember kam mich besuchen, relativ lustig, der Polizist, der damals das mit dem Gay Night Club gefragt hat. Ah, okay, ja. Der hat geklingelt und dann habe ich gesagt, oh, und dann so, nee, zwei kleine Sachen, ich habe gesehen und ich sagte, ich bin hier privat, er war auch in Zivil da und ich bin hier privat, ich wollte dir nur sagen, wir haben für Paris so einen Truck gekauft und mit dem haben wir gemacht, der hatte dann Platten und hat gesagt, du darfst mit den Platten hier nicht stehen, musst entweder die Luft aufpumpen oder du musst den bewegen oder sowas. Also ein Auto mit einem Platten schleppen wir irgendwann ab. Wir haben noch keine Beschwerde, aber ich wollte es dir nur sagen, ich habe gesehen. Und eigentlich bin ich auch hier, um zu wissen, wo ist denn der Podcast, weil wir haben Freunde, die deutsche Freunde, haben erzählt, ob ich derjenige bin, der wegen dem Gay Night Club gefragt hat und er würde das gerne mal hören. Diese ganze Kommunikation findet vor meinem Store statt, mit auf einer Tür, ich sitze da so, rede mit ihm und versuche ihm das dann zu zeigen und all leads way to Rome, to fame, sorry, so it's a German saying. Superschwer, das ist ja immer zu erklären und zeige ihm das und es ist halt deutsch und sage, ja, ich kann es nicht richtig übersetzen. Währenddessen fand natürlich ein Deal statt vor uns, also eine Übergabe. Und zwar netto 72 Zentimeter weg von unseren Gesichtern. Also es war so, es war nicht möglich, woanders hinzugucken. Und dann sagt er so, what's happening here? Und dann hatte ich halt so die Wahl zwischen, der war ja Polizist und irgendwie einer der Guten oder so immer. Wie ist das Wetter bei dir? Wolltest du Skifahren gehen? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe voll gesnitcht, 100 Prozent, 36er. Habe gesagt, hä, das ist Weed, das kann man jetzt hier kaufen, da geht man rein auf dem iPad und dann bestellt man das, dann kommt von hinten jemand und liefert das hier hin. Ist das nicht legal oder was? Und er so, definitely not. Und ich sage mal so, am nächsten Morgen war der traurigste Smiley, wie der Dulli mit dem langen Ständer, wie mit seiner langen Lampe, einfach auf der Schulter so vom Parkplatz weggeschlurft ist. Und es hat wirklich keine zwölf Stunden gedauert und es ist gestoppt. Es war vorbei. Okay, finde ich aber jetzt, muss ich ehrlich sagen... Falt? Nö. Hä? Nö, hätte ich auch gemacht. Okay. Und ich sage dir auch, warum ich es gemacht habe. Weil ich das Büro haben will. Und es ist genau das passiert, was ich wollte. Es ist ab 1.4. frei. Der Smokeshop ist Vergangenheit. Ich kann es jetzt mieten. Und jetzt komme ich zum Anfang der Geschichte zurück. Hey Paul, nur unter uns. Dünnes Eis. Weil der Polizist aus Newport hat mitbekommen, dass du über ihn im Podcast geredet hast. Jetzt haben die Leute vom Smokeshop Nextdoor mitbekommen, dass du sie verraten hast. Die haben sich selbst verraten. Der stand ja nebendran. Also erzähl mir doch nicht, dass... Naja. Egal. Soll ich dich demnächst im Stundentakt anrufen, um zu sicherst zu stellen, dass alles okay ist? Das ist schon okay. Auf jeden Fall habe ich einen Plan. Ich möchte gerne dort den Verkaufsraum von Paris machen. Und in dem Verkaufsraum hätte ich gerne einen Flügel stehen in der Mitte. Das fände ich schön als Item. Wie so eine Kunst. Du siehst mich ratlos. Meinst du, das ist eine gute Idee? Okay. Also erstens soll ich den Laden mieten. Ich habe ihn angerufen, sofort den Vermieter. Mein Mann Dave, der hat gesagt, du kannst alle Wände einreißen, wie du Lust hast. Aber du kannst es sogar vergrößern, von dir rüber in den nächsten. Aber ich könnte auch nur so eine kleine Zaubertür machen, die so groß ist, wie da unter deiner Treppe ungefähr. Wo man sich so gebückt dann durchgehen muss. Das fände ich ganz lustig, dass das alles so eine Experience wird, weißt du? Dass man so rüber rein darf. So ein Escape-Ruben. Ja. Du meinst, man kann da reingehen und man kommt erst dann raus, wenn man für den richtigen Betrag eingekauft hat. Genau. Und es ist auch ganz dunkel oder sowas. Also soll ich denn einen Laden mieten und soll ich ein Klavier kaufen? Also einen Flügel, der da in der Mitte steht. Also das mit dem Flügel musst du mir nochmal erklären, das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, warum der Flügel da so geil ist, aber tendenziell... So mitten im Raum, der einfach dasteht und ich spiele da nicht mal auch... Farbe? Weiß. Ab 150 Euro Umsatz würde ich ein Klavierstück dann auch da bieten. Ja, das finde ich ist ein fairer Deal. Finde ich ist ein fairer Deal. Ich hatte jetzt noch kurz überlegt, Udo Jürgens hatte ja so einen... Durchsichtigen, oder? Einen Durchsichtigen, der wäre natürlich noch schärfiger. Aber wenn du jetzt so auf... Also weiß ist ja schon, finde ich, das ist so... Das bricht ein bisschen die Ernsthaftigkeit, wenn da jetzt einfach ein schwarzer Flügel stehen würde. Aber finde ich gut. Vielleicht kannst du dir noch... Wenn du ihn erwirbst, ne? Vielleicht kann man den irgendwie noch Neon machen oder so. Das finde ich ja noch geiler. Und mal? Ja, so ansprayen. Ich würde einfach wahrscheinlich das feinste Holz, was es dann gibt, nehmen und dann würde ich mir so einen Mattlack kaufen, den man da drüber sprüht, damit es anhaftet. Und dann würde ich danach einfach Neon drüber sprühen. Naja, egal. Das war schon sehr technisch in der Ausführung. Aber ne, finde ich aber gut. Und tendenziell, mein Gott, natürlich würde ich den Laden nebenan nehmen. Irgendwann gehört dir halt der ganze Parkplatz da. Und du kriegst, was ja natürlich sehr positiv ist, auf dem Stern da an der Straße am PCH, kriegst du halt noch mehr Platz. Genau. Was soll ich denn da reinschreiben? Weiß ich nicht. Pari 2? Pari 1, Pari 2. PCH 1, PCH 2. Gucken wir mal. I'm a Snitch vielleicht. Wie? I'm a Snitch vielleicht. Ja, I'm a Snitch. Oder wie lange? Mann, ist es doch manchmal, muss man halt... Alles gut, nein. Vielstrebig. Ey, nochmal. Nein, du standest da, auch wenn er privat da war. Er ist natürlich immer im Dienst, weil er ist Gesetzesvertreter. Voll, ich hatte Angst da... Er ist die Exekutive und da muss man einfach sagen, damit spielt man nicht, wenn es darum geht, jetzt quasi seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Du bist ja mitgehangen, mitgefangen. Das ist in dem Moment, glaube ich, nicht ganz richtig mitgehangen, mitgefangen. Aber Unwissenheit schützt zur Strafe nicht, ist ja Quatsch. Ich dachte, es wäre legal tatsächlich bis dahin. Ach so, okay. Ich dachte, es wäre halt irgend so ein... Dann hast du ja auch gar nicht gesnitcht. Dann muss man es alles in eine andere Relation setzen. Aber schau, das war schon so... Ich hätte auch einfach sagen können, keine Ahnung, kannst du den fragen. Dann könnte man... Ja gut, aber hätte ja auch sein... Ist ja auch ein bisschen blöd, man kann jetzt kein Weed mehr kaufen next door. Das war schon auch ein bisschen lustig, die ganze Experience. Wer weiß, ne? Vielleicht hättest du ihn in 24 Stunden später auch persönlich da kaufen sehen dann. Und der Laden wäre nie hochgenommen worden, weiß man ja immer nicht. Aber jetzt muss man aus... Das ist ja auch eine Chance. Gucken wir mal. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR im Jahre 2020. Da werde ich darüber berichten, was als nächstes passiert. Vielleicht miete ich es ja auch nicht. Ich muss ja erstmal... Die haben da so Riesenregale an der Wand. Und ich sag mal so, der... Ey, wer weiß, aber vielleicht ist es auch wie bei... Wie hieß es hier? Nicht Narcos, wie hieß die? Ah, fuck, ich bin so schlecht heute mit Namen. Die Serie Ozark, wo er das Geld in der Zwischenwand deponiert hat. Vielleicht reißt du irgendwann die Wände ein und holst da Millionen raus. Weil die da das Geld irgendwie illegal deponieren mussten. Genau. Das kann sehr gut sein, glaube ich. Und deswegen mach ich's. Mach's. Grundlegend, also der... Was er ja... Also ich hab mit ihm telefoniert und er hat gesagt, absolut zuverlässig. Erster, vierter ist das tipptopp. Er kann's mir garantieren. Da hab ich gesagt, naja, das mit dem Boden. Und letztes Mal, darf ich mir das angucken, bevor ich zusage, wie es aussieht am ersten, vierten. Da hab ich zumindest ein bisschen was draus gelernt. Also nochmal so ein Drama. Und tatsächlich ist nebendran jetzt der gleiche bescheuerte Bo. Also der ist aber nicht... Der ist nicht mit Lack. Also der ist normal. Das muss ich mir halt sagen. Ja, aber vielleicht ein guter Schlusssatz für die heutige Folge. Aus Fehlern lernt man. Genau. Präsentiert für ein O2. Für ein O in deinem Leben. Erster, johlig. Vielen Dank.